Heyo, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Lama Squad Kanal und heute werde ich euch erstmal zeigen, wo ihr die drei Angelstellen finden könnt. Dazu gebe ich mich mal in den kreativen Modus, weil ich eigentlich schon mal ein Video darüber gemacht habe, aber irgendwie wurde das nicht aufgenommen, also zumindest nur die letzte Minute. Deshalb habe ich die Mission schon abgeschlossen, aber ich zeige es euch in den kreativen Modus und wir sehen uns dann gleich bei der ersten Angelstelle. So, Leute, für die allererste Angelstelle müsst ihr auf jeden Fall nach Slip Swamp fliegen, und zwar genau nach hier vorne zu diesem Bootsding. Ich markiere euch das mal auf der Karte, damit ihr auch seht, wo es ist, und zwar genau hier vorne, wo eigentlich ein Boot steht, ist die erste Angelstelle. Hier einfach einen Gegenstand mit der, also ihr nehmt einfach eine Angel hier raus, hoffentlich stoppen die hier. Naja, war ja klar, dass ihr hier nicht stoppen, aber jedenfalls nehmt ihr euch dann hier eine Angel aus dieser Kiste, und hier ist das Angelverbotsschild, und dann geht ihr nach vorne und angelt einfach irgendeinen Gegenstand, den ihr gerade haben wollt. Ich markiere euch hier auf der Karte, dort auf dieses Podest, und dort ist die zweite Angelstelle. Dann müsst ihr einfach hier auf diese Plattform, wo auch das Wasser rauskommt, hier auch wieder angeln, neben dem Angelsverbotsschild, ein Gegenstand rausziehen aus dem Wasser, und ihr habt es das zweite Mal abgeschlossen. Ihr müsst für die dritte Angelstelle einfach nur hier um die Ecke rennen, und dort unten habt ihr einfach schon, ja, die dritte Angelverbotsschild, das heißt hier auch einfach wieder ein Gegenstand angeln, mit der Angel, und ihr habt die Mission abgeschlossen. Ich markiere euch auch hier nochmal den Punkt auf der Karte, hier vorne, und ja. So Leute, jedenfalls war es das auch schon wieder für dieses Video, ich hoffe es hat euch gefallen, und wenn ihr mehr Content von uns sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke auf alle Benachrichtigungen, um kein Video oder Stream mehr zu verpassen, und ciao! Leute!